Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr einfach die OG No Skin Hacke in Fortnite gratis erhaltet. Derzeit läuft noch mal ein 5 Euro Gewinnspiel. Es geht bis zum 11.11. Schaut gerne vorbei. Ich zeige zuerst, wie man sie auf Playstation erhaltet und am Ende vom Video zeige ich euch, wie man sie auf allen anderen Geräten bekommt. Jetzt starten wir erstmal mit dem Video. Oh yes. Leute, Hacke wie früher, teilt es die Anfängersets. Nostalgie Hacke. Wow. Oh, geil. Oh, es fühlt sich wirklich an wie damals. Finde nur schade, dass die Pickaxe im Inventar nicht grau ist, aber naja. Aber wie bekommt man die eigentlich? Erstmal muss man in den Playstation Store gehen. Danach müsst ihr Fortnite eingeben. Jetzt scrollt ihr nach ganz unten. Jetzt klickt ihr auf die Spitzhacke. Ich weiß, da steht vorbestellen, dennoch habt ihr die Pickaxe danach sofort im Game. Die Spitzhacke sollte ja schon am 4.11. gratis sein, aber der Leaker hat sich wegen der Zeitumstellung vertan und sie wird heute gratis. Wenn ihr nicht auf Playstation spielt, könnt ihr sie erst in dem Itemshop am 6.11. erhalten. Da wird sie nämlich kostenlos drin sein. Das war es mit dem Video. Ein Like würde mich sehr freuen und ein Abo auch. Haut rein Leute. Ciao.